Schneidiges Moppetle Jetzt glaube ich, es werden sich am falschen Weg angebaut weil da vorne war so ein Arschhaufen Jetzt tut der Dom Pedro fährt ihn jetzt nach und schaut, wo die hinsen, die Hunde Na gut, und da haben wir jetzt eine kleine Schlüsselstelle entdeckt und da werden wir jetzt ein kleines Filmchen machen, wenn die da raufbohren Sehr schön Und da geht es weiter Ja, das ist natürlich, da schlagt mein Herz her